Um gut auf den Winterschlaf vorbereitet zu sein, bauen sich viele Tiere im Herbst schon einen behaglichen Schlafplatz. Diese Tiere sehen so aus, als wären sie sehr gut auf den Winter vorbereitet. Doch der Igel Archie hat anscheinend vergessen, etwas mehr Laub zu sammeln. Gibt es da nicht eine bessere Möglichkeit, um schneller, vielleicht sogar im Schlaf etwas zu sammeln? Klar! Mithilfe von Zinsen. Die bekommt man von einer Bank. Und hortet man dort etwas für mehrere Jahre, so werden die Zinsen auch mehr. Diese Vermehrung über Jahre hinweg nennen wir Zinseszinsen. Wiederholen wir dazu doch noch einmal kurz die wichtigsten Begriffe der Zinsrechnung. Das Kapital K ist das angelegte bzw. geliehene Geld. Die Zinsen, Z, geben den konkreten Wert an, welcher zusätzlich gezahlt wird. Der Zinssatz, P%, gibt das Verhältnis zwischen Kapital und Zinsen an. Wie wir diese verschiedenen Werte berechnen, können wir an diesem Dreieck ablesen. Stellen wir uns einmal vor, dass wir bei einer Bank Geld anlegen. Nach jedem Jahr bekommt man darauf dann Zinsen, die auf das Kapital gezahlt werden. Da sich das Kapital dadurch verändert hat, verändern sich auch die Zinsen. Diese und die Zinsen der nächsten Jahre nennen wir Zinseszinsen. Nehmen wir an, dass Archie bei einer Laubbank Blätter anlegen möchte. Im ersten Jahr hat er ein Kapital von 350 Blättern. Er bekommt darauf einen Zinssatz von 3,5%. Das ist das gleiche wie 0,035. Berechnen wir die Zinsen, rechnen wir Kapital mal Zinssatz. Setzen wir die Werte ein, so sehen wir, dass Archie Zinsen von 12,25 Blättern erhält. Addieren wir diese zu dem ursprünglichen Kapital, erhalten wir ein neues Kapital von 362,25 Blättern. Dieses bezeichnen wir mit K1, da es das Kapital nach dem ersten Jahr ist. Berechnen wir die Zinsen für das zweite Jahr, müssen wir K1 als neues Kapital verwenden. Wir berechnen die Zinsen also mit K1 mal P Prozent. Und das sind gerundet 12,68. K2, also das Kapital nach dem zweiten Jahr, berechnen wir dann, indem wir diese Zinsen zu K1 addieren. Wir erhalten als neues Kapital nach zwei Jahren Verzinsung 374,93. Diesen Vorgang wiederholen wir nun auch für das dritte Jahr. Wir berechnen also die Zinsen für K2 und erhalten K3, indem wir diese Zinsen zu K2 addieren. Nach drei Jahren wird Archie also ein Kapital von 388,05 besitzen. Das hat sich ja ganz schön vergrößert. Schauen wir uns doch einmal die Veränderung des Kapitals über die Jahre hinweg an. Wie wir sehen, wachsen die Zinsen im Laufe der Jahre. Entsprechend steigt das Kapital in jedem Jahr um einen größeren Betrag. Das Kapital nach drei Jahren kann man aber auch in einer Rechnung ermitteln. Das Kapital zu Beginn entspricht 100 Prozent. Und wir haben jedes Jahr einen Zinssatz von 3,5 Prozent. Das neue Kapital entspricht also 103,5 Prozent. Wandeln wir dies in einen Dezimalbruch um, so erhalten wir 1,035. Man kann das Kapital im ersten Jahr also auch durch 350 mal 1,035 berechnen. K2 erhält man, indem man wieder mit 1,035 multipliziert. Und multipliziert man dann wieder mit 1,035, so erhält man K3. Für die Berechnung von K3 haben wir also das Anfangskapital K 3 mal mit 1,035 multipliziert. Vielleicht weißt du ja auch schon, was eine Potenz ist. Da wir immer den gleichen Wert miteinander multipliziert haben, können wir dieses Produkt auch als Potenz schreiben. Wir erhalten also 350 mal 1,035 hoch 3. Der Exponent entspricht den drei Jahren, für die wir die Zinsen berechnen wollten. Allgemein können wir Zinseszinsen für x Jahre, also durch die Formel Kapital mal in Klammern 100 Prozent plus p Prozent hoch x berechnen. Fassen wir doch noch einmal zusammen, wie wir die Zinseszinsen berechnet haben. Zunächst haben wir die Jahreszinsen für das Kapital berechnet. Diese berechnen wir durch K mal p Prozent. Um das neue Kapital zu erhalten, haben wir die Zinsen dann addiert. Dann kann man die Jahreszinsen für das nächste Jahr berechnen. Diese Schritte wiederholt man dann so lange, bis man bei dem Jahr angekommen ist, welches man erreichen wollte. Beachte dabei, dass sich die Zinsen in jedem Jahr ändern, auch wenn der Zinssatz gleich bleibt. Wir können zur Berechnung der Zinseszinsen aber auch diese Formel verwenden. Damit kann man mit einer Rechnung die Zinseszinsen für x Jahre ausrechnen. Und auch der Igel Archie kann nun schön warm über den Winter kommen. Oh nein! Nein! Ah! Ah!